Fiedet nicht. Ist so, genau. Hauptsache, fiedet nicht. Ab gehts. Ja, das geht. Der Alex, der Alex wird carryn. Huiiii! Alex, wir spielen aggressiv. Ich werde Keulen werfen. Geil. Aber immer auf die Eier fokussieren. Ja. Immer zwischen die Beine werfen. Was haben die? Ist das ein Grux da oben? Das ist so ein Grux. Alter, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Gib ihm! Gib ihm! Geiler Typ. Ich glaube, ich mache noch ein Schild. Sehr schön. So, hast 3000 Gold, geht ihr das erste Item kaufen. Der hat direkt verlassen. Das ist ein richtiger Larry gewesen. Wie? Der ist weg? Ja? Hä? Der hat den Jungle sogar gekriegt, der Dude. Naja, egal. Schaffen wir auch so. Okay. Soll ich junglen gehen? Ich weiß mal nicht. Nee, ich habe kein Jungle-Item. Nee, ich habe kein Jungle-Item jetzt. Nee, dann ist es doof. Guck mal, der hat ja dann im Endeffekt immer noch, also trotzdem, den Dings gepickt, also den Jungler und auch den Jungle angeklickt. Und jetzt hat er sich beschwert, dass ich dann halt auf die Solo-Lane gegangen bin. Weil er ein Carry-Item mitgenommen hat. Hä? Hä? Ja, ist das scheißegal. Komm. Feig-Shelter. Warum spielen wir? Wir haben hier Grux und Muriel auf der Lane. Also, wir können noch gewinnen. Lass mal unser Bestes geben einfach. Ja, ja, sowieso Komm, Alex Gib ihm Muriel Aber jetzt bräuchte ich halt genau den Jungler, ne? Alter Ja, wir haben keinen Jungler Ich kann rüberkommen mal zu dir Wer ist denn jetzt tot? Die Minions haben ihn gekillt, den Revenant Das Ding ist halt, der spielt halt jetzt einen Carry auf der Solo-Lane Und eigentlich ist ja Carry für den Arsch Weil der so leicht gegankt werden kann Aber wir haben niemanden zum Ganken Kannst du mir mal kurz hier helfen? Schieß mal von oben runter, Alex Aber lass mir das Ding dann Okay, danke Oh, dann hab ich mein Mana back Quarks, kommt? Nee, gar nicht Er ist rauf Okay, du bist zu weit weg, glaub ich Lol Der gibt sich Schild, geil Go, 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 go Okay, back Geh mal back Du hast ja jetzt genug Geld, oder nicht? Ich hab erst tausend bewundert Ja, aber da kannst du ja schon die ersten Sachen kaufen Ja, ich mach jetzt ja noch die Minions Ja, das lasse, Alter Den Jungle hab ich auch noch hier Ähm, ich komm mal zu dir rüber Irby Nee, kannst du vergessen Ich bin jetzt schon bei Keine Ahnung für HP 177 Kann jetzt schon wieder back gehen Für mich ist die Runde durch Ne, das Ding ist Der Carry ist ein Vorteil Ähm, weil der Weil der Fernkampf ist Bis zu dem Moment Wo ein Jungler den Ganken kommt Und da keiner kommt Hab ich verkackt auf der Lane Jetzt hab ich auch noch den Jungler da Die Runde ist für mich durch Ja, ich bin tot Ja, ich auch Hey, warum bist du tot? Weil Quark von hinten kam Nein Oh Gott Was hab ich gemacht? Aber egal Hat sich gelohnt Ein paar Items mehr kriegt jetzt Ich geh mal kurz mit Irby Und komm dann wieder zu dir, Alex Ja, ja Ich farm in Ruhe Dann lass uns zuerst den Revenant nehmen Der kann nicht Wobei der wird wahrscheinlich einen Blink dabei haben Egal Einfach irgendwas drauf Am besten Kalari zuerst Wir haben Ward hier Ja, da bin ich Irgendwann gekommen Aber die gucken trotzdem Nicht auf die Map Gibt ihr? Ja, geil Danke Mach den Ward unten Und dann kannst du erfahren Jo Ich geh rüber Ich komm wieder zu dir, Alex Ja, hier ist nix los Ah, du kannst mal auch noch ein Ward reinsetzen Vielleicht machen die gerade was Jo Oh man, die Ward Moria ist wieder da Jo Ich glaub, die mag mich nicht Mein Skill rised Gibt mir das Money Auch immer schön ein bisschen wegdringen Dann kriegst du keine Keine XP Weil sie zu weit wegstehen Da unten ist Crax Komm her Alex, komm, komm, komm Hat ein Schild bekommen Okay Wo ist sie? Hä, wo ist sie denn? Wahrscheinlich in den anderen Busch Die war da unten Na, machen die Minions ihn wieder? Egal, ich mach die Power Keine Ahnung, wo sie ist Was? Welchen Schaden du gerade gemacht hast, hä? Keine Minions? Ich komm ein bisschen auf die Counters Ein Hit noch Komm, Gideon Ich hab ulti Gideon Unten kommt Kalari zu dir Ja Pass auf Die können wir aber machen Revenant ist miss Scheiße Hast du noch einen Warden hin, ne? Ich hab noch einen, ja Ich stell mal hier oben in die Mitte Wusstet ihr, dass das Portal blinkt, wenn es benutzt wird Auch wenn es nicht der eigene Mate macht? Ah, ich seh's gerade Okay Dann ist er jetzt wohl gerade da durchgelaufen Revenant? Ja, also nach links wohl Also links bei dir hat's gerade geblinkt Ich weiß nicht welches genau wie blinkt Aber es blinkt irgendwie Alex, kannst du noch mal hier runterschießen? Okay, reicht Danke Soll ich mal rechts rüber? Ne, hier ist keiner gerade Kalari läuft unten im Jungle Ach, dann kommt Kalari, okay Ah, ne Es kann doch sein, dass Muriel läuft Hauptsache, ne, hier ist gerade keiner Zehn Sekunden später und Muriel ist im Jungle Kalari Es sind drei Leute hier Aber guck, dass du Farm bekommst erstmal Ja, killt sind auch Farm Bist gestunt? Okay, ich krieg auch's mal Wo bist'n du? Da unten Bist gestunt? Bleib bei meinem Kreis, bleib bei meinem Kreis Ich blöcke Wie kriegst du? Ich blöcke, ich blöcke Hab gleich wieder Ja, hol dich'n Kill Gut Oh, 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 der hat mich Oh, ich hab'n Mana mehr, Digga Ich hab'n Mana mehr Alles gut Ich fahre in seiner Ui Du kannst mir eh nicht helfen Ja, fuck Ja, ich muss back Ich hab'n Mana mehr Die wollten alle Trophäe bei uns Ja, alle waren da Außer unsere Midlane halt Ich hab'n da diesen leichten Untertoren in der Stimme vernommen Ja? Also ich sag'n nur Sprech'n nur Fakten aus Ja Haute sind Kalari Schon ein bisschen freudig Und Shade Also irgendwie Ja, wir können das schaffen Wir stehen 12-4 Definitiv Ja, ja Auf jeden Fall Wie viel hast du, Alex? 6-2 Wir gucken, dass wir die Jungles da Dass wir diese ganzen Assassine da nicht hochfarben Ja Ich baue eh das Ward-Item von da Ach, scheiße Ich hätt' das Ward-Item bauen müssen Was hab' ich denn jetzt gemacht? Scheiße Egal Bei 1100 muss ich schon mal weg Besser mal ein Deep-Ward Ich glaub' der gegnerische Revenant klaut schön im gegnerischen Jungle die ganze Zeit farm Weil der ist so wenig auf der Lane Oder ansonsten Ich weiß nicht, was der macht Urlaub oder so Keine Ahnung Hier sind zwei Countess und Back, back Alex, Alex Alex Zurück Ja, so fängt's an Ja, Digga Wenn ich doch sag' zurück Dann hör doch auf mich Ich muss doch erst mal kommen Ich komm da rechts mal ganken Ihre Babi hat mir hier getraubelt Wir haben zwei Sekunden gestunt Guck, dass ihr nicht zu wenig Leben habt damit wir da gleich reingehen können Ich bin da Hier sind noch Zwei jetzt Ja, ich werd gesehen, die an Bord Ich hab' da neben geworfen Zwei Sekunden ist dann Zwei Sekunden ist dann Wo rennt der hin? Er rennt nicht in den Tau Ich werd' angegriffen Ich bin Kalari Wo bist denn du? Da Ist doch nicht Kalari, aber ist egal Ich hab' wieder kein Mana Ich musste mal back Hier ist irgendwo ein Ward, ne? Kann sein, ich hab' keinen mehr Leider Doch, ich hab' wieder einen Aber egal Ich geb's kurz back Alex, aufpassen, ja? Ja, Countess ist Mitte Noch bin ich safe Ich mach' und dann geh' ich auch back Einkaufen Ich dachte gerade ganz kurz Er meint wirklich einkaufen Ich muss noch schnell zum Rewe fahren Ja Okay Komm Countess Ja, mein Nachbar kommt nachher wieder, Freunde Oh, Alter Könntest du denn essen? Diese Woche ist er sogar viermal da gewesen, Digga Countess ist bei dir, Alex Komm zu mir, komm zu mir Nicht hin, nicht durchs Portal Digga Einmal mit Profis, Junge Jetzt hättest du hierbleiben können Ich bin doch da Ich bin doch da Er hat mich geholtert Ich komm' auch Wo seid ihr? Ja, hier, in der Countess Die wird geholtert Und jetzt Muriel Boah Ich Ja, okay Ja Du hast genau die weggepusht Als ich Die Keule geworfen hab Digga Wir gewinnen gerade 4 zu 5 Wisst ihr, wie man das nennt? Gute Rotation Wir müssen eigentlich jetzt den Wolf machen Das machst du so mit Absicht Alex, komm Oh, scheiße Egal, lass mal den Wolf Ja, ja, ja Du machst es so mit Absicht Und trotzdem sagst du es so trocken Als wäre es das Normalste der Welt Alex, mach mal Schaden Ja, geht nicht Ich muss einkaufen Ey, wisst ihr, was mir einfällt? Das ist gar nicht so schlimm, dass wir keinen Jungle haben So wie Sonic das eben gemacht hat Ihr könnt ja die ganze Zeit durchs Portal kommen Wir können also auch Lass mal, Mitte, wir gehen danach Ja Los Habe ich mir aber die Okay, go, 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 go Gib ihr Oh Der zieht sich deiner Ult, der Hohensohn Alter Der hat kein Leben Was für ein Wichser Na egal Hat auch mal einen Kill Ich rotiere mal zu dir Verbi Ich geh weg Ja, der steht im Tower Jetzt nicht Nee, nee Musst du machen, wenn der hinten ist Also vorne manche Ja Ich geh da rein Hast du mal einen Stein? Nee Drei Sekunden Oh, fuck Was? Okay, er hat geblinkt Wir haben beide unseren Stunt verkackt, ne? Ja Egal, dann geh ich mal back Kann mal ein Item kaufen So, ich kann dich jetzt schneller machen, Alex Ich baue jetzt, glaube ich mal Nee, hatte ich auch Oder geht das nur bei Alex? Nee, ist genau Nur bei Alex, sehr gut Ähm Ich baue mal dieses Damage Reflect Item Das ist, glaube ich, für Rampage auch richtig gut Weil ich stehe ja eh vorne drin Hab ja ne Counters Ich bin auf dem Weg Mehr als ne Counters Oh, Irby Oh, Irby Sehr geil Ah, mein Stein kam, glaube ich, einen Ticken zu spät Sehr gut Aber egal Kriegt der auch noch Der Alex müsste alle holen da eigentlich Ja, easy Prime? Ja Machen wir noch schnell Red Buff, ja Boah, ja Nee Also wenn wir so ein Call machen Dann müssen wir alle direkt hin Digga, den Damage holen ich jetzt wieder raus Digga, der gibt mir böse Fängt mal wer an, dass ich kann ja heilen Ja, wer Könnt ihr einen von den beiden Carries ausruhen, die sonst ticken sollt Klar, Lari könnte kommen Ich hoffe Da oben ist einer Direkt euch entgegen Countess kommt auch noch von hinten Die kommen jetzt alle Die sehen euch ja Der ist schon fast tot, Junge Oben in die Fresse Wo bist denn du? Alex, was machst du für ein Scheiß? Du bist im Prime Ja, beruhig dich doch So, der kommt schon mal nicht mit Das Problem ist Die sind jetzt hier irgendwo unsichtbar Ich muss gucken, dass ich nicht mehr im Sprintmodus bin Dass sie mich nicht routen können Ja, wir können auch auf mich warten Dann seid ihr nicht zwei gegen fünf gleich Ich mach den Ich warte den Busch Er nimmt Minions mit Ja, dann braucht er mich nicht Gute Idee Das reicht Und tschüss Alter Muriel Ja, irgendwie ist sie die Einzige Die kann er uns aufhalten Ja, sie ist die Einzige, die so viele Grips hatte Ja Links durch Lass mich Mitte Nee, Mitte ist doch der erste Tower Lass lieber in hinten rechts Der Dings beschäftigt genug Ich will doch nicht mitmachen Lass doch dem helfen, den Dings Den kann man gleich noch ein bisschen kriseln Ich hab einen Stunt Ach nee, ich hab einen Minion gestunt Mit dem Orb Oh, voll daneben geworfen Go, go, Alex Go, go, Alex Quisul-Attacke Wo bist du hin? Wo bist du hin? Er hat mich gerettet Er hat mich in seine Uhr gezogen Er hat mich in seine Uhr gezogen Hattest du dich gern ein bisschen heilen? Ich hab kaum Mana mehr noch Okay, okay Ich spare mir den Rest für einen Stun Aber lass mal drauf hier Alter, da trommel ich doch noch mal Easy Haben die überhaupt am Ende noch alle gespielt? Keine Ahnung Ich hab doch Cari's doch nicht dickes GG Läge ihm der Victory Screen Nur bei mir nicht Guck mal Krass, ne? Ich hab mehr Supports als du killst, Alex Na, ich hab aber in Summe mehr Das heißt, du warst nicht immer bei mir Schäm dich Ich hab ja mal in Irby noch geholfen Und unserer Kalari, die 0000 steht Siehste mal, guck mal Der Typ ist rausgegangen, weil er keinen Bock hat Und wir haben trotzdem gewonnen Schau dir mal den Damage an Ich hab mehr Damage gemacht Als das gesamte gegnerische Team zusammen Pass mal auf Ich glaub, ich hätte vielleicht sogar eher verloren Wenn er reingefeedert hätte Ja Ich hab ein bisschen gar nicht Ja doch